Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Crypto & More. Es ist Sonntagmorgen, ich bin nicht wirklich fit. René hat mich gezwungen eine Aufnahme zu machen, was ich aber gut finde, da komme ich übrigens mit meinem Arsch ein bisschen hoch. Und damit herzlich Willkommen zu einer neuen Folge. Herzlich Willkommen René, alles fit bei dir? Ja, soweit alles sehr, sehr gut. Ich hoffe euch daraus geht es sehr, sehr gut. Und Motivator hier muss natürlich auch ein bisschen am Start sein und let's go. Was steht für heute an? Wir machen heute wieder ein kleines Q&A. Ich war gestern noch auf Geburtstag gewesen und da ist mir so ein Thema in den Sinn gekommen. Und zwar, das wollte ich dich jetzt einfach mal so fragen, so als kleinen Einstieg sowas. Und zwar, eigentlich war geplant, ich gehe mit einer Freundin da hin. Freundin hat dann abgesagt. Ohlala. Nee, darum geht es überhaupt gar nicht. Und die hat dann abgesagt und sowas. Und dann war ich mit fünf fremden Menschen an einem Tisch gesessen. Ist sowas für dich unangenehm oder sagst du, boah, nee, bin ich so fein mit oder so neue Leute kennenlernen etc. pp. Oder bist du da eher so der introvertierte Mensch? Würde mich jetzt einfach mal so interessieren. Ich finde das schwer selber bei mir zu beurteilen. Ich habe es meistens nicht so mit vielen Menschen und Smalltalk und sowas ist mein Problem. Trittrat, Trulala, Wetter unterhalten, Fußball, Autos. Das sind ja so, ein bisschen Politik ist scheiße, das sind ja so die drei, vier Standardthemen, die man eigentlich als Mann, Frau drauf haben sollte. Für so Gesellschaftssituationen und ansonsten ist es ja quasi einfach nur wie ein riesengroßes Affenspiel, ohne das irgendwie negativ zu behaften, sage ich jetzt mal. Du musst dich einfach gucken, dass du dich so ein bisschen integrierst. Und das finde ich sehr, sehr schwer in normalen Konversationen, in so Bereichen, wenn man sich ernsthafter unterhält, über private, ernsthafte Themen, Geld, Business, Frauen, Beziehung und, und, und. Dann kann ich mich mit den Leuten sehr, sehr gut unterhalten, weil ich mit diesem Smalltalk und so kann ich nichts anfangen. Und deswegen werde ich sehr, sehr häufig als arrogant aufgefasst oder als, oh ja, der hält sich für was Besseres oder so. Also meine ich aber nie so. Im Grunde ist das kein Problem für mich. Ich mache das einfach, nur ich weiß, dass diese Situation einfach höchstwahrscheinlich zustande kommen wird. Gebe mir da dann so ein bisschen Mühe, aber im Grunde kein Problem, gehört dazu. Vielleicht hat man ja Glück, sind ein paar interessante Leute dabei, vielleicht hast du Glück, da ist ein Anwalt dabei, ein Steuerberater, irgendjemand, der auch sein eigenes Unternehmen hat. Nach so Leuten halte ich dann immer so ein bisschen Ausschau, versuche mir die dann so ein bisschen zu packen und mich mit denen zu unterhalten, weil ich weiß, mit denen bekomme ich mich einfach sehr, sehr gut connected. Das ist dann immer so meine Strategie. Wie war das denn für dich da? Wenn du das jetzt so anfängst, kann ich mir vorstellen, ist das so ein Thema, was dich so ein bisschen betrifft oder bewegt? Normalerweise hätte ich eigentlich immer so von mir behauptet, ja, ich bin da eigentlich recht offen und sowas. War ich im Endeffekt jetzt auch gestern, aber ist trotzdem immer so komisch. Weißt du, du gehst da so hin, weil ich war, Story davor, ich war Freitag und Samstag einfach nur daheim gesessen, weil ich sowieso noch nicht so richtig fit war und keine Ahnung, aber dann dachte ich mir so, ey, ach komm, was hast du so zu verlieren? Weißt du, mal ein, zwei Stunden vorbeigucken und sowas. Im Endeffekt ging es dann so bis zwei Uhr morgens, ne? Also es war echt ein ganz guter Abend, aber ich habe es dann auch so... Jetzt wissen wir, warum er nicht hochgekommen ist. Ach, so ein Geschmarrn, ey, mir geht es echt nicht gut. Außerdem habe ich nichts getrunken gestern, also daran liegt es auf jeden Fall nicht und sowas, ne? Ähm, aber war dann echt ganz gut eigentlich. Also das ist einfach so, wie da so ein bisschen über einen eigenen Schatten so springen, weißt du, du kennst eigentlich nur halt die eine, die halt Geburtstag hatte und sowas und den Rest halt nicht, aber ich meine, ich wurde, glaube ich, auch ganz gut aufgenommen in der Truppe und sowas. Also es war echt ein ganz guter Abend, also man sollte da auch vielleicht, und das war eigentlich jetzt so meine Intention daraus, auch ein bisschen offener einfach so mit umgehen, so nach außen auch, so einfach so, wenn neue Dinge so kommen, einfach so, ja, einfach annehmen und das halt auch mal so ein bisschen auf sich zukommen lassen, so, weißt du? Ist vielleicht auch mal so ein ganz interessanter Punkt und sowas, auch wenn man vielleicht teilweise ein bisschen schüchtern ist oder sowas, einfach mal gucken, du kannst ja dann immer noch gehen, so, weißt du? Das habe ich mir auch so gedacht. Ich habe eigentlich am Anfang gesagt, okay, mal ein, zwei Stunden oder sowas, hat sich dann länger gezogen, weil es ganz cool war. Aber ist auch gestern so dieses Thema nämlich, weil die dann wussten, okay, ich mache Podcast und so und dann haben sie gesagt, ja, das kannst du ja mal ansprechen und sowas. Ja, werde ich auch machen, finde ich eigentlich einen guten Einstieg so, generell so in einen Podcast rein einfach mal mit so einer offenen Frage, so aus einer Lebenssituation zu starten und das fand ich gestern dann so ganz gut, dachte ich mir so, ja, wenn wir heute eh aufnehmen sollten noch, dann frage ich dich das einfach mal. Hat mich nämlich auch persönlich so interessiert, weil jeder Mensch halt anders tickt, so, weißt du? Und ich war halt, wie gesagt, ich war dann eigentlich relativ froh, dass ich da doch hingegangen bin und, ja, eigentlich ganz cool gewesen. Es gibt ja auch dieses, äh, was man immer zwischendurch früher so auf Instagram oder so gesehen hat, wenn du die Eier hast, alleine ins Restaurant zu gehen und da zu essen, dann kannst du alles in deinem Leben erreichen oder irgendwie so ein Völlefanz war das, ne? Es ist ja im Grunde einfach sehr ähnliche Situationen, einfach so ein bisschen über den Schatten springen und dahin gehen und im Vorfeld kommen halt, sag ich mal, diese Urängste so ein bisschen zum Vorschein, Angst ausgeschlossen zu werden, Angst nicht akzeptiert zu werden, Angst der Komische zu sein, tralala, piepapo. So, einfach mal drüber springen, wenn es scheiße ist, du musst ja niemandem sagen, dass du gehst, du drehst dich einfach um und gehst. Das ist auch so immer meine Taktik, ich sag dann manchmal einfach nichts, weil dann alle fragen, oh, wieso, du gehst schon und, ne, da hab ich keinen Bock drauf. Ich bin dann einfach die Person, die irgendwann einfach weg ist, könnt ihr ja auch nicht. Ihr müsst nicht immer irgendwie was Bescheid sagen, das sind nicht eure Eltern oder whatever, einfach ganz locker. Und lasst die Leute vielleicht auch auf euch zukommen, einfach so. Wenn man da dann vielleicht auch so ein bisschen alleine mal an einem Tisch steht oder so, irgendwann kommt mal einer. Dann kannst du die ganze Gruppe mal von außen so ein bisschen begutachten, hast erstmal eine Person, mit der du dich unterhältst. Du kannst so verschiedene Strategien einfach anwenden, wie man da durchkommt. Das finde ich immer sehr ansprechend, sag ich mal. Ja, wobei ich den Punkt, wo du jetzt gesagt hast, mit alleine im Restaurant essen, das hab ich noch nie gemacht. Also, ich bin alleine, wie gesagt, schon in den Urlaub geflogen und alles, da hab ich kein Problem. Ich hab auch kein Problem, jeden Tag Kaffee alleine zu trinken, aber mich alleine ins Restaurant zu setzen, boah, ne. Das krieg ich irgendwie nicht so, da komm ich mir richtig beobachtet vor. Ja, irgendwie schon ist es eine weirde Situation, aber es macht auch Spaß. So, wenn du dir einfach so, keine Ahnung, ich hab das einmal gemacht, mich alleine ins Restaurant zu setzen. Und dann hast du auch so ein bisschen Zeit, dich aber auch mal mit dir selber zu beschäftigen. Finde ich, ist einfach das Schöne. Du nimmst dir die Zeit, gehst schön essen, du musst dich selber nicht ums Essen kümmern, an nichts denken. Und die Zeit kann man dann auch wunderschön für sich nutzen. Wie kann man sich selber weiterentwickeln? Du kannst mal versuchen, so Sachen zu trainieren, wie Leute beobachten oder so. Gestiken, Mimiken oder irgendwie sowas. Das finde ich dann immer interessant, die Leute zu beobachten. Das ist mir so in diesem Moment durch den Kopf gegangen. Das ist wundervoll. Weil diese Situation kann man auch super positiv für sich selber nutzen. Ich lieb das, Leute zu beobachten. Und da ist irgendwie, egal mit wem ich darüber spreche, jedem geht es genauso. Egal wo, jeder beobachtet irgendwie Leute irgendwann so random. Und guckt so, ja, und was machen die so? Das ist richtig komisch. Mega geil. Mega geil. Nur noch so ein bisschen dann zwischendurch auch Recherche im Internet betreiben. Was bedeuten so gewisse Gestiken, Mimiken? Was drücken Körperhaltungen aus? Wie sehen Emotionen bei anderen aus? Mega gut einfach. Ja, macht schon Bock. Aber das ist, glaube ich, jeder hat diesen Tick, so Leute einfach zu beobachten und sowas. Finde ich immer krass. Und dann immer so zu gucken, ja, okay, was könnte der so machen und sowas. Was unterhalten die sich gerade und so. Wie fühlt sich die Person? Finde ich immer einfach komplett geil. Wenn ich dann irgendwo mit meinem Kappel sitze und irgendwelche Leute beobachte, denke ich mir so, ah, läuft wohl gerade nicht so gut so da drüben. Hattest du diese Situation selber schon mal, dass du im Restaurant oder so gesessen hast und dir gedacht hast, wenn Leute uns jetzt beobachten, denken die Leute, es läuft nicht so gut oder das Gespräch ist gerade so ein bisschen stressbehaftet, sagen wir jetzt mal mit einem Freund oder Frau. Wie fühlt sich das für dich im Restaurant an? Also ich finde, ich habe ein extremes Problem damit. Ist eigentlich auch immer ein cooles Q&A, was wir gerade machen. Wir stellen uns gerade gegenseitig Fragen. Ist auch immer ganz cool. Was wollte ich jetzt sagen? Ich finde es immer, ich bin so ein Typ, es ist egal, ob mit Freunden, mit Mädchen oder sonst was, wenn du irgendwo sitzt und dann einfach so totenstille ist. Kennst du das? Weil ich bin eher so ein Typ, ich muss immer quatschen. Wenn bei mir nicht gequatscht wird, so am Tisch oder mit wem auch immer, ist es immer so ein ungutes Zeichen, so dass ich dann irgendwie keinen Bock mehr so habe, weißt du? Weil wenn ich wenig rede und sowas, denke ich mir so, ja gut, du hast keine Gesprächsthemen mehr, so weißt du? Und solche cringenden Situationen gibt es öfters mal, wenn du dann da sitzt, dann so denkst du, ja gut, was sagst du jetzt, so weißt du, du denkst, du hast so deinen Themenkomplex, den du irgendwo eingespeichert hast oder in deinem Kopf eingespeichert hast, hast du so einen Themenkomplex, den willst du abarbeiten, so über den Abend vielleicht oder über ein paar Tage sowas? Echt, du überlegst dir das im Vorfeld vorher alles? Nee, also manche Sachen, ja, wenn du, ich bin so ein, ich schreibe manchmal auch Sachen auf, so wenn mir irgendwelche Sachen wichtig sind, die ich unbedingt wissen will oder fragen will, schreibe ich mir das auf, weil ich es ab und zu immer vergesse und sowas, aber ich hasse es halt, wenn totenstille irgendwie ist, weißt du, du hockst so mit Freunden da und plötzlich kein Schwein redet mehr und dann alle noch am Handy und sowas und da bin ich, das hasse ich halt komplett, ich hasse es, wenn man irgendwo unterwegs ist und die ganze Zeit nur am Handy hockt. Und wie sieht das aus, wenn du mit Frau, Freundin weit weg fährst, da sitzt du ja auch eine Zeit lang still nebeneinander im Auto? Oder ist das nicht so was, wie siehst du das, mit Freundin morgens mal da zu sitzen und einfach still den Kaffee zusammen trinken? Weil für mich ist das einfach so Key und Schlüsselmoment, du musst gemeinsam so ein bisschen die Einsamkeit genießen können, du musst auch stillschweigend Zeit miteinander verbringen können mit deinem Paar. Ja, ansonsten ist das irgendwie, finde ich, so ein bisschen kacke, weil eben, wenn dieses ungute Gefühl dabei hochkommt, dann ist es irgendwie Zeit, so ein bisschen zu gehen oder sich zu verabschieden. Ja gut, das sehe ich nochmal ein bisschen anders, vor allem wenn du auch zusammen wohnst, du kannst jetzt nicht jeden Tag 100 Themen haben, auch nicht mit deinem Partner oder sowas, das funktioniert auch nicht. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass es funktioniert. Wir hatten damals auch immer unsere, ja, wo halt mal nichts geredet wurde, aber das ist völlig normal und dann kommen halt wieder neue Themen und sowas. Also ich finde es, wie gesagt, eher, wenn man, wenn man sich so mit Freunden trifft oder dann, keine Ahnung, auf ein Date oder sowas und dann, keine Ahnung, hast du keine Gesprächsthemen mehr, das finde ich absolut creepy. So und dann, dann finde ich, glaube ich, diese Situation richtig unangenehm, wenn Leute dich von außen beobachten und die vielleicht wissen, ah, bist du mit der oder der Person unterwegs und sowas und ihr redet einfach die ganze Zeit nicht und startet einfach euch nur an und so, hm, finde ich einfach cringe. Also richtig, richtig komisch. Weil bei mir gibt es normalerweise nichts, dass ich sage, ich habe keine Themen mehr, so, weißt du? Ich bin immer so eine Quassel-Ecke mittlerweile so geworden, aber weil es mich auch interessiert, so was bei anderen Leuten halt im Leben so abgeht, ne? Also wenn bei mir mal Totenstille ist, ist es kein gutes Zeichen, überhaupt nicht. Mua, 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 mua. Dating-Tipps von Manu, nee, Spaß. Nee, aber da, es ist einfach geil, Leute zu beobachten, aber wie gesagt, ich brauche immer so ein bisschen Themen auch und ich hasse es, wie gesagt, wenn man dann, wenn man sich trifft und dann die ganze Zeit nur am Handy ist, hasse ich komplett, Alter. Ja, muss ja auch nicht sein, aber so Standard als Trader, kommst du zu Freunden hin und hängst nur am Handy. Warum? Hast verpennt Alarm einzustellen. Ja, davon rede ich jetzt nicht, aber es gibt ja dann auch, ähm, du hockst mit deinen Freunden so rum und dann, ach, dann hocken alle nur noch am Handy, oh, guck mal, Instagram und sowas, wo ich mir denke, Alter, warum bin ich jetzt hierher so gefahren, so, weißt du, Instagram und sowas hätten wir auch woanders machen können. So, einfach von zu Hause und du hättest mir irgendwelche Reels geschickt und sowas. Und was machst du dann, wenn du dich mit Freunden und Kollegen und so triffst? Wie, was ich mach? Ja, du gehst ja manchmal raus, was macht ihr denn dann immer zusammen? Wenn ihr nicht am Handy und so chillt, das heißt, ihr macht ja immer irgendwelche Aktivitäten. Ne, ja gut, wenn, dann gehen wir mal Shisha-Bar oder Kaffee trinken oder sowas oder einfach mal am Main, vor allem jetzt im Sommer bin ich öfters mal am Main und einfach mal ein bisschen rumchillen und sowas. Mal ein Bierchen trinken oder sowas, ne, das sind halt so Aktivitäten, die wir machen. Oder halt in Urlaub fahren. Das ist aber eher so mein Fable. Also ich bin jetzt nicht so diese Aktivitätsperson, die jetzt hier, keine Ahnung, bouldern geht oder was, darauf kann ich nicht und sowas. Ich hab Höhenangst und so einen ganzen Scheiß. Aber ich bin halt, ich geh halt gerne unter Leute, so, weißt du. Also ich versuch schon immer rauszugehen, ich hab auch keinen Bock den ganzen Tag daheim zu sitzen oder sowas. Oder dann irgendwo anders in die Bude reinzufahren, hab ich auch keinen Bock. Wenn, dann will ich schon draußen was machen oder halt irgendwo hingehen, wo man auch ein bisschen was sieht, ein bisschen unter Leute ist und sowas. Ja. Stark. Ja. Finde ich schön. Und ich kann keine Leute in meinem Rücken sitzen haben. Kennst du das Gefühl? Ja. Wir waren gestern in der Bar gesessen, vorher halt, bevor wir da noch weggegangen sind. Und das war mir richtig unangenehm. Ich hasse es, wenn ich die ganze Zeit Leute in meinem Rücken hab und die dich dann eventuell noch anrempeln und sowas. Boah, ey, da bin ich komplett raus. Das hasse ich einfach. Das ist so ein richtig ungutes Gefühl einfach. Ja, ich mag das immer wirklich, wenn du irgendwo draußen bist. Also ich geh ja tendenziell für mich, ich geh ja eher relativ wenig draus. Ich bin ja meistens so in meinem eigenen Reich, wo ich mich wohlfühle. Aber einer der Gründe, warum ich gerne ein größeres Reich hätte. Das klingt so falsch. Egal Leute, es soll nicht so rüberkommen, aber ich hätte gerne ein schönes größeres Heim, wo man auch selber mal spazieren kann. Aber dennoch in seinen eigenen vier Wänden ist so, weil ich das manchmal auch unangenehm finde. Einfach mit den ganzen Menschen drumherum. Mir ist das so ein bisschen zu viel. Zu viele Eindrücke. Tralala. Hasse nicht geht das eh. Aber in Restaurants oder auch so, wenn wir jetzt mal essen gehen. Ich will immer in der Ecke sitzen. Ich will immer den Blick zur Tür haben. Damit du alles schön beobachten kannst. So siehst du mal. Tralala. Guckst du hier, guckst du da. Finde ich einfach super. Aber ich glaube, wir müssen langsam gucken, ob wir nicht noch ein, zwei Fragen durchbekommen. Ja, ich weiß, das ist ein bisschen ausgeartet. Aber so ein paar, dennoch ein sehr schönes und wichtiges Thema, was auch mal interessant ist für die Zuschauer. So und wir haben uns ja auch gern drüber unterhalten. Ich denke, das ist auch so ein bisschen das Wichtigste. Richtig. Ne, ich fand es jetzt auch, wie gesagt, als coolen Einstieg und sowas. Und es sind ja auch, hätten theoretisch auch irgendwie Fragen sein können oder sowas. Halt ist jetzt ein bisschen tiefergehend. Aber gut. Ja, Fragen. So jetzt nach einer Viertelstunde. Ich habe noch ein paar einigermaßen gute. Also eine war zum Beispiel, finde ich, ich glaube, das ist aber eher so ein deutsches Thema. Sprecht ihr offen über Geld, Familie, Freunde? Also ob wir offen über Geld sprechen mit Familie und Freunden? Muss ich, muss ich ehrlicherweise sagen, hat sich bei mir ein bisschen gewandelt. Also ich habe früher. Du sprichst nicht mehr gerne darüber. Wie bitte? Du sprichst nicht mehr gerne darüber und mittlerweile sprichst du darüber? Ich spreche nicht mehr gerne darüber. Also ich habe früher immer wieder gesagt, Leute oder auch, ich meine, es gibt ja gewisse Berufe, da weißt du, was die Person einfach verdient. Das ist ja klar, so wenn du zum Einzelhandel zum Beispiel bist an der Kasse oder sowas und du hast jemanden so in deinem Umfeld, dann kannst du grob abschätzen, was die Leute verdienen und sowas. Wenn dann mal dieses Thema Verdienst rausgekommen ist, dann hieß es, naja, das sage ich nicht und sowas, über Geld spricht man nicht und sowas. Und ich hasse diesen Satz komplett eigentlich. Oder habe ich schon immer gehasst, über Geld spricht man nicht und sowas. Ja, über was denn sonst so? Also weißt du, nur so kannst du halt auch ein bisschen so rausfinden, okay, kannst du da irgendwie noch was, ja, so aufs nächste Level oder sowas bringen, auf jeden Fall. Und aber mittlerweile denke ich mir so, ich spreche nicht mehr gerne über Geld. Ob das möglicherweise auch damit zu tun hat, dass man ein bisschen mehr Geld verdient oder wie man sein Geld verdient, hat schon viel damit zu tun, finde ich. Weil das halt jetzt nicht mal so dieser Standardberuf ist, den wir beide, sage ich mal, ausführen. Wir machen YouTube, wir machen Krypto, wir machen Trading. Ist ein komplett anderes Level, als wenn ich jetzt sage, okay, ich arbeite jetzt bei Aldi an der Kasse. So, weißt du? Ja, wobei ich gerade auch mal erwähnen möchte, man muss das Ganze nicht als negativ betrachten. Wir sehen das eher so ein bisschen so in unserer Anfangszeit, als wir gesagt haben, wir machen das, wurde das von außen immer sehr, sehr kritisch beurteilt und eher so ein bisschen abgeschoben. Und daher entsteht dann auch so ein bisschen die Scheu davor, darüber zu reden. Allerdings finde ich, mit meinen zwei richtig, sage ich mal, dicken Homies oder so, früher, wo ich mit denen so ein bisschen auf der Straße, sage ich mal, auch groß geworden bin, so und Tritratrotralala hast du nicht gesehen. Und auch in den Kifferkreisen, mit denen habe ich ja immer noch Kontakt mit zwei von denen. Mit denen rede ich nicht direkt darüber. So, wie viel ich verdiene, wie viel ich an Umsatz generiere, über wie viel Geld ich verwalte, was so meine nächsten möglichen Schritte sind an Investments und so, weil es die einfach halt auch nicht juckt. Und dann denke ich mir so, okay, brauche ich mit denen halt einfach nicht drüber zu reden, weil die interessieren sich nicht für Geld anlegen, die interessieren sich nicht für Geld sparen. Ich habe da aber auch nicht den Anspruch. Warum sollte ich denen irgendwas aufzwingen versuchen, die da irgendwie zu belehren? Müssen sie alle selber wissen. Mehr sage ich dazu nicht. Und ansonsten verstehe ich mich mit denen sehr gut. Aber jetzt gestern Abend war hier auch wieder eine riesengroße Vete, war ich auch dabei. Und mit ein paar Leuten kannst du dich immer, finde ich, sehr, sehr gut über Geld unterhalten. Vor allen Dingen, wenn du auch so Unternehmer dabei hast, da war jetzt ein Autohändler dabei. Mit dem kann ich mich sehr gut über Finanzen und sowas dann unterhalten. Haben wir uns auch darüber unterhalten, wie viele Kosten er im Monat hat, wie viel Umsatz er generiert, was für Autos er zurzeit alle da hat. Nur Oldtimer, mega krank. Der Typ guckt sich gerade auch aktuellen alten Maserati Quattroporte an. Ich glaube, aus 2004. Megaschön. Mit dem kann man sich darüber unterhalten. Und der findet das auch mega geil, was ich mache, unterstützt das. Und dann kommt auch nur sehr viel positives Feedback. Ja, zieh dran. Und dann fragt man mal so, wird das immer so anstrengend sein? Wird das irgendwann leichter? Und so. Und dann sammelt man auch einfach Erfahrungen. Und mit diesen Menschen rede ich sehr, sehr gerne darüber. Mit dir würde ich darüber auch sehr gerne reden. Über Geld, Finanzen, Investments. Nur wenn es dann um persönliche und private Zahlen geht, das definitiv für mich nicht im Internet. Weil das nicht jeder unbedingt wissen muss, wie man seine Firmenstruktur und, und, und aufbaut. Weil das ist dann natürlich halt auch gewisse Privatsphäre, Angriffsfläche für Leute. Da muss man so ein bisschen aufpassen. Und ich würde sagen, ich bin schon zu einem sehr, sehr großen Teil sehr offen und ehrlich hier. Offen und ehrlich sowieso, aber in erster Linie offen. Und der zählt sehr, sehr viel. Nur da ist für mich so eine private Grenze, wenn es darum geht, was für Konten verwalte ich privat? Wie groß ist mein eigenes Vermögen? Wie viel Geld habe ich? Wie viel Geld kommt jeden Monat rein? So, das sind so Dinge, die möchte ich einfach nicht öffentlich teilen. Aber mit Leuten, die auch im Selbstständenbereich unterwegs sind. Sei es Immobilienbereich, Autobereich, Investmentbereich. Mit denen rede ich ultra gerne über Geld. Einfach, weil von den Leuten kann man was lernen. Die geben dir was mit und die pushen dich eher, die, die selbstständig sind. Und sagen dir, guck mal, da kannst du was besser machen. Da hast du noch einen Trick. Das finde ich ultra geil. Ne, da bin ich auch bei dir. Also ich muss sagen, ich rede mit ein, zwei Leuten. Also so mit meinen besten Freunden und sowas rede ich darüber auch. Weil ich ja auch ab und zu natürlich auch mal so ein bisschen frage und sowas. Oder die fragen halt natürlich auch und sowas, ob man davon leben kann. Aber ich muss jetzt zum Beispiel sagen, in familienmäßig, jetzt bis auf Mutter zum Beispiel, rede ich darüber überhaupt nicht mehr. Aber ich bin so wie du, wenn ich jetzt sage, okay, ich lerne Leute kennen, die so ungefähr auf einem Level sind wie ich. Oder halt auch Selbstständige und sowas. Dann kommst du früher oder später sowieso zu diesem Punkt, dass dieses Thema mal angesprochen wird. Weil du hast ja von dir selber so ein bisschen das Ziel, vielleicht möglicherweise noch mehr zu machen. Und die andere Person, die möglicherweise noch mehr macht als du, kann dir da möglicherweise auch wieder ein bisschen Tipps geben und sowas. Also da bin ich auch dafür, klingt, ist eigentlich, wenn man mal so drüber nachdenkt, man erzählt Familien und Freunden teilweise weniger darüber als irgendeiner wildfremden Person, nur weil sie selbstständig ist oder das Gleiche macht. Aber ich glaube, das hat viel mit dem Kopf zu tun und viel so auch Vertrauenssache, weil die Person, mit der du dich darüber unterhältst, das auch irgendwie ein bisschen nachvollziehen kann. Was möglicherweise deine Probleme sind, wie legst du dein Geld an und sowas, weil ab einer gewissen Summe musst du dir Gedanken machen, was du damit machst. Da sprechen wir halt nicht mehr von 1.500 Euro Netto im Monat, wo 99% davon gefühlt für Miete und Essen und den ganzen Scheiß drauf geht, weil dann hast du halt auch einen Puffer. Was machst du mit deinem Geld? Was machen reichere Leute möglicherweise mit ihrem Geld? Und da willst du natürlich auch ein bisschen Vorteile rausziehen, beziehungsweise wie sind auch die Unternehmensstrukturen? Weil das sind ja alles so Sachen, Privatpersonen, hast du deine maximal 42 oder 45% Steuern im Jahr. Und wenn du dann von anderen Personen wiederum was lernen kannst, die schon einen Step weiter sind, höhere Umsätze machen und dann irgendwelche Holdingstrukturen oder sonst was irgendwie geschaffen haben, dann ist das natürlich auch für dich persönlich interessant, weil du deinen Vorteil daraus ziehen kannst. Du brauchst dich jetzt nicht mit irgendwelchen, ich sag jetzt mal, mit Oma oder Opa, die überhaupt nichts damit zu tun haben, so gefühlt über Holdingstrukturen unterhalten. Oder auch mit irgendeinem Kumpel, mit dem du vielleicht einmal im Monat sowas machst. Das juckt den nicht, so gefühlt. Er kann dich auch nicht weiterbringen. Und dann bin ich auch so der Meinung, dann sollte es die Leute auch nicht angehen, was du so verdienst im Monat oder beziehungsweise was du mit deinem Geld so halt machst. Ja, sehe ich auch so, weil die Interessen sind einfach unterschiedlich. Das soll ja nicht darstellen, wir grenzen diese Leute oder so aus, sondern eher, okay, da entsteht ein gewisser Spalt im Interessensbereich und dann sagen wir einfach, gut, okay, wir haben vielleicht ein, zweimal versucht, darüber eine Brücke zu schlagen, kam irgendwie nicht ganz so ideal an und dann lässt man das in diesem Moment einfach gut sein. Man kann sich mit diesen Personen dann ja auch über andere Ebenen connecten. Aber tendenziell über das Thema Geld, Investments, was man alles machen kann, Immobilienbereich, wie man sich halt, wie du schon sagtest, Unternehmensstrukturen aufbauen kann, das ist ultra interessant. Da kann man eine ganze Menge mitnehmen und sich so ein leichtes Imperium aufbauen, auch wenn es schon überheblich klingt, an Unternehmensstrukturen, wie du was, wie, wo absichern kannst, weil als Privatperson kannst du am Ende des Tages immer mal gebumst werden, sagen wir mal auf gut Deutsch, ja. Die können dich immer mal irgendwie hops nehmen. Hast du Unternehmensstrukturen mit Holdings dahinter, hast du ganz, ganz andere Gesetze, Rechte, Pflichten, mit denen du arbeiten kannst. Du bist viel flexibler, was zu strukturieren, was zu kreieren und aufzubauen. So, und wenn du als Privatperson hops gehst und du sagst, geh ich mal tief, Privatinsolvent, tralala, hast du nicht gesehen. Schön und gut passiert, hast du eine Unternehmensstruktur mit zwei, drei, vier Unternehmen, eine Holding dahinter oder whatever, eine Stiftung dahinter, Familienstiftung übrigens, sehr interessant. Dann bist du sowas vom pervers geil aufgestellt. Und wenn dir ein Unternehmen hopskid, ja, ist halt schade, aber sei es drum. Ist halt wie Schachspielen, verließ halt einen Bauer oder Turm oder keine Ahnung. Ja, und sowas ist extrem wichtig und sowas. Und deswegen, ich habe auch so ein bisschen immer so im Hinterkopf und das ist jetzt so ein Problem, was ich so die letzten Monate vor allen Dingen habe, so ein bisschen Vertrauensproblem. Vor allem bei neuen Leuten und sowas. Kennst du das, wenn du neue Leute kennenlernst und sowas und dann kommst du, ja, kannst du davon leben und sowas, dann denke ich mir schon immer, boah, das geht dich eigentlich einen Scheißdreck so an, weißt du? Weil du lernst so irgendeine neue Person kennen, da hast du auch keinen Bock so über Geld zu reden. Das ist nämlich auch so ein Punkt, wo ich mir extrem schwer tue, wo ich aber auch gesagt habe, okay, da rede ich nicht so mit neuen Leuten drüber. Ja, verstehe ich. Ich verstehe aber auch das Interesse der Leute so. Wenn sie direkt danach fragen, kannst du davon leben? So und je nachdem, wie diese Person mir gegenüber tritt, wie sie mir begegnen, was für einen freundlichen Gesichtsausdruck die haben, so je nachdem, wie die Sprache ist, wie die sich ausdrücken, daran erkennt man auch so eine gewisse Art an Intellekt, sage ich mal. Also ich rede hier ja ganz anders, als würde ich mit meinen zwei Homies reden, mit denen ich früher gekifft habe. Da fliegt das dann auch eher mal, ey, du Uhrensohn, gib mal die Fernbedienung rüber oder sowas im Extremfall. Leute, nehmt das jetzt nicht alles so für ein bisschen betreiben. Ja, das ist normal. Eben, so. Und wenn du dich dann mit diesen Leuten unterhältst, auf die, wenn dann einer auf mich zugeht und sagt, ey, ich habe über zwei, drei Ecken gehört, du machst YouTube Podcasts, so wie viele Abonnenten hast du denn so, wie läuft das, wie bist du da rangegangen, kannst du davon schon leben? Und dann erzähle ich so ein bisschen was. Ich erzähle keine genauen Zahlen, aber so roundabout, dass sie sich darunter was vorstellen können. Dann sage ich denen aber auch auf der anderen Seite, okay, ich bin hier jetzt aber im Kryptobereich unterwegs. Und wenn du jetzt im YouTube Gaming Bereich starten möchtest oder sowas, dann musst du damit rechnen, dass du mit 3, 4, 5.000 Abonnenten definitiv nicht davon leben kannst, weil du ganz, ganz andere Positionen über Affiliate Links hast und du generierst ja nicht eigene Einnahmen darüber. So gestalte ich das dann einfach. Und wenn mir Leute irgendwie richtig dumm begegnen oder so, dann sage ich, nö, weiß ich nicht, ich habe doch keinen Plan davon. Bisher eigentlich eher nur Minus, aber das wird schon irgendwie. So, und das bringe ich dann so auf eine Art rüber, soll ich dem das abkaufen? Oder ist der wirklich krass unterwegs? So, dass die in so einem Fragezeichen da stehen. So gehe ich das Ganze einfach an. Das Ding ist halt, vor allem YouTube, wenn du denen erzählst, okay, du machst YouTube, dann denken halt viele, boah, der hat bestimmt Millionen Abonnenten, um davon leben zu können und sowas. Aber im Kryptobereich ist das halt was komplett anderes. Ich meine, wir reden hier vom Finanzbereich. Da brauchst du jetzt keine 100.000 Abonnenten, um möglicherweise allein nur von YouTube leben zu können. Gut, von den YouTube-Einnahmen möchte ich jetzt nicht sprechen, weil das ist ein feuchter Furz. Aber wenn wir mal mehr so auf dieses Affiliate-System gehen, wo ja manche echt wirklich krank unterwegs sind, wo du ja teilweise von nur ein paar Affiliates leben kannst, also das muss man sich mal im Kopf zergehen lassen. Es gibt ja genug so MLM-Systeme oder auch Ref-Links, die dann verteilt werden, wo du teilweise mit ein paar Leuten, die nur traden im Monat, deinen Lebensunterhalt finanzieren kannst. Du brauchst nur zwei, drei Leute und du kannst deinen Lebensunterhalt davon finanzieren. Das ist richtig krank. Und das hast du halt teilweise nur in eben diesem Kryptobereich. Ja gut, aber man muss dazu sagen, du brauchst zum einen dieses bisschen Glück, dass du die zwei, drei Leute hast. Und du brauchst halt aber auch das Glück, dass diese Leute nicht nur ein 100.000-Dollar-Konto handeln, sondern ein Millionen-Dollar-Konto. Ich weiß von zwei, drei Leuten, wie groß deren Konten sind die, die bei uns handeln. Der eine Skyper ist bei uns in der Gruppe, du kennst ihn, der so brutal gut ist. Der setzt richtig Knete in den Markt. Richtig Knete. Und dann kommt natürlich manchmal auch was dann dabei rum. Muss man mit den Leuten, dann finde ich auch immer offen und ehrlich kommunizieren. So denen sagen, ey, nicht von 1500 Abos, da kannst du mal eben von leben. Und ich sage den Leuten auch, ey, das ist knallharte Arbeit, der Algorithmus und so. Du hast den Druck und tralala und durchhalten. Ja, das ist sowieso das Wichtigste. Das ist, glaube ich, egal, wo du, egal was du machst oder sowas, den Druck hast du überall und du musst auch dranbleiben. Das wäre jetzt auch nicht, wo ich jetzt sagen würde, wahrscheinlich, wenn ich jetzt aufhören würde, ich müsste nie wieder arbeiten oder sowas. Also je nachdem. Aber ich meine, du könntest nicht von deinen Ref-Links dein Leben lang leben, weil irgendwann kommt eine neue Börse und dann melden sich alle woanders an. Man sieht hier gerade, alle haben Bitwabo beworben. Bitwabo verzieht sich jetzt aus Deutschland, weil sie ihre komische Mika-Regulierung da nicht weiter fortsetzen, beziehungsweise ihre BaFin-Lizenz. Jetzt wirbt plötzlich jeder YouTuber für Bitpanda und sowas, was vor zwei Wochen noch zu teuer war. Bewerben sie jetzt alle, weil es neue Affiliate-Links gibt und sowas. Sowas finde ich immer falsch, ey. Was ich jetzt alles erlebt habe in den letzten drei, vier Jahren, wie viele Börsen die alle gewechselt haben, ne? Und die Leute melden sich trotzdem immer wieder, immer wieder da an, obwohl sie sich null Gedanken machen, was für Gebühren hinter dieser Börse stecken, ob du überhaupt alle Coins wegschicken kannst und sowas. Das fällt den Leuten aber auch erst dann auf, wenn die Börse hops geht. Damals FTX-Beispiel, jeder hat auf Hoss gehört. Und dann, ja, nee, ist schon alles safe und sowas und plötzlich war alles weg, obwohl es schon rumort hat. Das wäre für mich das erste Anzeichen, wenn etwas rumort, dann verpisse ich mich von der Börse. Geht zur neuen. Aber trotzdem folgen jetzt alle wieder Hoss und klicken wieder auf den Link. Weißt du, da denke ich mir dann immer so, das ist einfach nur, sobald du ab einer gewissen Reichweite, kriegst du halt alles in den Arsch geschoben. Kommt mir zumindest so rüber. Weil die Anhängerschaft dann so eng ist, die folgen dir in jedem anderen Scheiß wieder mit rein. Du kannst halt auch einfach so ein bisschen Pech haben. Ich zum Beispiel, ich stehe ja stellvertretend halt meistens immer noch so ein bisschen für Bingix, auch wenn ich nicht mehr so aktiv für die Werbung mache. Ich sehe es aber halt auch nicht ein, da dann einfach wegzugehen, weil ich nicht dieses Bunny-Hopping eben haben möchte. Und ich denke, der Hoss hat zu einem gewissen Grad auch einfach Pech gehabt, hat mit den Plattformbetreibern, denke ich, auch engen Kontakt gehabt oder engeren, als wir es jetzt haben, alleine von der Größe her und so. Und hat denen da natürlich auch das Vertrauen, sage ich mal, entgegengebracht. Und wer er ja direkt gesagt, weg da, ist halt dann auch nur mal so ein bisschen scheiße, macht die Beziehungen dann kaputt. Und du kannst nur mal so ein bisschen Pech haben, natürlich, klar. Dennoch, ich habe auch viele Börsen durch. Und ich denke mir, jede Börse hat so ein bisschen Vorteil. Und ich finde es auch interessant an der Stelle mal, wenn man zu jeder Börse so ein paar Tutorial-Videos macht, um das einfach mal so ein bisschen alles auch gegenüberzustellen. Denn jede Börse, es gibt nicht das Nonplusultra. Jeder hat ein bisschen Vor- und Nachteile. Und da muss man für sich selber so ein bisschen gucken, was möchte ich. Algorithmen schreiben, Algorithmen-Trading, einfach Swing-Trading, Day-Trading, Aktien, Rohstoffe, tralala. So viele Faktoren spielen da einfach eine Rolle. Ja, das geht auch nicht. Theoretisch brauchst du auf jeden Fall mehrere Börsen. Das ist normal. Also du kannst dich nur mit einer Börse traden. Auch wenn es immer so angepriesen wird, ja, das ist die beste Börse. Es gibt nicht diese eine perfekte Börse einfach. Ist einfach so. Absolut. Was steht noch auf dem Programm? Zwei Fragen kriegen wir bestimmt noch hin, oder? Wir haben schon eine halbe Stunde. Ja, siehste, sage ich. Zwei kriegen wir noch hin. Jeweils sieben halben Minuten. Wir machen jetzt Feierabend. Das ist 30 Minuten. Wir haben gesagt, wir kappen das immer so bei 30 Minuten. Eine geht noch. Was? Eine Frage geht noch. Wenn zwei nicht, 50-50. Wir treffen uns in der Mitte. Eine geht noch. Eine geht noch. Ich hatte gerade noch... Siehst du immer Verhandlungstechnik? Beim nächsten Mal sage ich vier. Ich hatte gerade noch eine auf den Lippen liegen. Oder hast du gerade eine so spontan? Hey, kommen wir ein bisschen auf den... Ich denke, dafür brauchen wir fünf Minuten. Können wir auf den Crypto Space darauf hingehen, so ein bisschen mal zu sprechen? Stellung zu American ETF Bitcoin Release, Hongkong ETF Bitcoin Release. Wo sind die Unterschiede? Und was ist da beides Male im Markt passiert? Was ist interessant? Was ist nicht interessant? Der ETF Markt in Hongkong ist gerade einmal so groß wie komplett die ganzen Bitcoin Spot ETF Käufe in Amerika. Das muss man erstmal dazu sagen. Also der Input bei Hongkong ist bei weitem nicht so groß oder kann noch gar nicht so groß sein, wie manche sich das erhofft haben. Was wir gesehen haben, wir haben beides mal einen Abverkauf gesehen. Normal. Beide Rumors, Helden News und sowas. Absolut normal. Jeder im Crypto Space weiß das. Kurse sind abgesackt. Wir sind jetzt gerade momentan, glaube ich, wieder bei 63, sind wir da ein bisschen gestiegen und sowas. Ich glaube aber, auch wenn dieses Hongkong Ding jetzt erst einmal sehr negativ beziehungsweise sehr unter den Tisch gekehrt wird, dass es auf lange Frist noch sehr, sehr interessant ist. Weil für mich ist Hongkong oder China, habe ich ja schon hunderttausend Mal im Podcast gesagt, immer noch so ein Ding, was langfristig, glaube ich, alles outperformen konnte. Und mein ETF, weil wir es ja vor zwei Wochen mit ETFs hatten, ist mittlerweile auch ein Plus. Also der hat diese Woche auch neun Prozent gemacht. Innerhalb von einer Woche hat mein China-ETF neun Prozent gemacht. Also ich glaube da eher noch dran, dass das immer noch so ein Krieg zwischen USA und China ist, aber dass trotzdem China irgendwann als Sieger da ein bisschen mehr hervorgehen wird, beziehungsweise dann in Anführungszeichen neue wirtschaftliche Weltmacht wird. Und da ist Hongkong ein großer, großer Anteils... Anteils... Ach, du weißt, was ich meine. Ja, ich finde es auch sehr interessant, langfristig China-ETF, natürlich Hongkong-ETF sehr, sehr bullisch, sehr, sehr positiv zu betrachten. Alleine dieser Unterschied dazu, bereits gekaufte Bitcoins können in den ETF reinfließen, finde ich sehr angenehm gemacht. In China natürlich muss man sagen, man hat ein bisschen andere Möglichkeiten rechtlich betrachtet. Ansonsten natürlich so oder so, ETF-Release, der dann kommt, natürlich ist das eine Big News, wo die Big Player ihre großen Verkäufer reinbekommen können, damit sie ihre Profite ziehen. Ja, so ein bisschen der Standard-Move, klar, es ist eklig, muss man ganz klar sagen, aber das ist Geschäft. Es geht darum, Profite zu machen, die eigenen Familien zu ernähren und dieses Spiel muss man einfach anfangen zu verstehen. Und am Anfang wird da jeder, denke ich, mal so ein bisschen hops genommen. Langfristig, denke ich, auch sehr, sehr bullig. China als Weltmacht finanziell betrachtet. Ich denke, es wird ultra interessant, was alles auf uns zukommt in den nächsten Jahren, allgemein betrachtet, wie sich China entwickelt. Ich denke, viele unterschätzen auch einfach insgesamt Russland, denke ich, dass sie Russland massiv unterschätzen, alleine im IT-Bereich, Hacking-Technik, mehr sage ich dazu, aber nicht. Generell die BRICS-Staaten. Und Amerika. Wer ist alles in den BRICS-Staaten drin? Ich habe das nicht immer so politisch auf dem Schirm. Brasilien, Russland, China, Indien, vor allem Indien, ja auch so ein Wachstumsmarkt komplett, der früher oder später, denke ich, auch noch durch die Decke schießen wird. Südafrika ist noch drin, aber das sind ja viel, viel mehr Länder mittlerweile. Also es sind ja nur die Staaten, für was die BRICS stehen, aber da kommen ja mittlerweile immer, immer mehr Länder dazu, vor allem aus dem ostasiatischen Raum, also ich sage jetzt mal so Richtung Dubai und sowas, die ja glaube ich, Dubai oder Vereinigte Arabische Emirate, bilde ich mir sogar auch ein, dass die mittlerweile auch drin sind. Also da merkt man schon, in welche Richtung das geht und wo auch, wenn man sich mal so ein bisschen die Welt anguckt, wo das ganze Kapital auch ist, so weißt du, Arabische Emirate mit ihrem ganzen Ölvorkommen und sowas, Saudi-Arabien, Indien, extremer Wachstumsmarkt, China-Wachstumsmarkt, Russland hat auch seine Vorteile, sage ich jetzt mal und wenn man dann so USA gegenüberstellt oder sich mal so den Westen ein bisschen anguckt, weiß ich nicht, ob das so noch 10, 20 Jahre wirklich gut gehen könnte, zumindest was so die geopolitischen, aber auch geldpolitischen Mittel da, wenn man sich das mal so ein bisschen gegenüberstellt, ob das wirklich auf lange Sicht noch so gut ist und wenn man sich dann mal die ganzen Schulden anguckt, die die USA haben, was sie sowieso nie wieder abbauen werden oder abbauen werden können, weiß man schon, in welche Richtung das früher oder später gehen wird wahrscheinlich. Also denkst du, wir sehen insgesamt eine komplette Machtverschiebung der Weltwirtschaft? Ja, vor allem mit Indien und sowas, hast du halt einen riesen Markt, weißt du, da leben wie viele Milliarden Menschen, 1,1 Milliarden oder so in Indien allein? Also Indien ist ja schon echt richtig, richtig krass unterwegs und ich finde auch den afrikanischen Markt sollte man nicht unterschätzen, wobei ich da eher wieder sagen würde, afrikanischer Markt ist dann schon wieder eher in Richtung USA, zumindest ich sage jetzt mal Nordafrika so eher, also westlich geprägt dann eher. Südafrika, Brickstaat, wer weiß, ob sich da noch ein bisschen Mehrmachtverhältnisse verschieben so in der Art, aber ich denke mal so, diese ganzen aufsteigenden Länder, wenn die alle unter die Brickstaaten fallen, dann ist das für USA und den Westen nicht wirklich gut. Also geldpolitisch sage ich jetzt mal, was ist geopolitisch und sowas, da will ich gar keine Meinung darüber treffen und sowas. Ich glaube nicht, dass wir sowas wie in China sehen, wo dann überall Kameras rumstehen und du deinen Score kriegst, wobei das ja insgeheim, würde ich jetzt mal schon so behaupten, irgendwie auch schon da ist oder sowas. Also wenn du kein E-Auto fährst, dann bist du ja gleich Umfeldverschmutzer und sowas, so in der Art, weißt du. Du bist direkt rechtsradikal, fährst du kein Elektroauto oder sowas. Entschuldigung, gerade Leute für die Unvertreibung. Nee, aber so klingt es halt mittlerweile. Also so die Sachen wie in China, ich finde es auch nicht geil, dass du überall beobachtet wirst und diesen Social Score hast. Aber mittlerweile wird dir das halt schon ziemlich auch medial eingeprägt. So, ja, du sollst kein Fleisch essen und sowas, weil auch dann bist du Umweltverschmutzer und was weiß ich was. Also da muss man schon aufpassen, dass man andere Länder nicht niedermacht, aber im eigenen Land dann es nicht auch ähnlicherweise dann so aussieht, nur ein bisschen so, so ein bisschen in versteckter Weise, so weißt du. Ja, ich weiß, was du meinst. Wobei ich auf gewisser Hinsicht, dass China mit dem Social Score, die Basic-Idee dahinter finde ich gar nicht so blöd. Ja, lass doch jeden sein Leben leben. Für ein, ja natürlich, aber für ein freundliches Miteinander oder so. Ich meine jetzt eher, sage ich mal, für so gewisse leichte Gewaltverbrechen oder irgendwie sowas, was vorkommt. Leichte Diebstähle sinkt halt dein Score, finde ich irgendwo schon so ein bisschen angemessen. So machst du dann wieder soziale Arbeit, um das wieder auszugleichen, steigt ja wieder auf gewisse Weise als Erziehungsmaßnahme. Ich weiß nicht, wie man das psychologisch dahinter sieht, ob da sowas gut für einen Menschen ist oder nicht. Aber erziehungstechnisch muss ich sagen, an sich finde ich die Idee nicht so blöd. Ich finde es nicht gut. Ich weiß nicht, wie es da komplett aufgebaut ist. Ich denke, man könnte daraus aber ein sehr gesundes und faires System basteln. Basteln kann so vieles. Ob es funktioniert, sei mal so dahingestellt. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Und ich glaube, in China ist es nochmal ein bisschen anders, so von der Kultur und sowas. Ich glaube nicht, dass du das so einfach in Europa zum Beispiel einführen könntest. Nein, denke ich auf gar keinen Fall. Ich meine so offiziell einführen, so unter der Hand. Wenn du das nicht machst und das nicht machst, dann darfst du das und das nicht machen. Das wird früher oder später kommen, glaube ich. Zumindest in gewissen Sachen. Oder es wird halt so dermaßen teuer, dass du das dir sowieso nicht mehr leisten kannst. Ja, aber die Reichen juckt es nicht. Die Reichen juckt es nicht, ob du 1,80 Dollar für Sprit bezahlst. Oder ob der 5 Dollar für einen Liter Sprit bezahlt. Juckt den doch quasi null. Interessiert die nicht. Damit kriegst du die nicht. Aber ich muss sagen, es ist ja immer irgendwie so ein bisschen dieser Kampf zwischen Arm, Reich und Vater Staat. Es sind ja immer so die drei Parteien. Die ärmere Gesellschaft beschwert sich immer viel über den Steuersatz. Die Reichen sind pfiffig und versuchen das System zu schlagen über ihre Gesetzmäßigkeiten. Und dadurch hast du diesen Kampf zwischen Vater Staat und den Reichen für den Steuern und die armen Leute, die so ein bisschen sauer auf die Reichen sind. Allerdings bin ich der Meinung, du kannst nicht so sauer auf die sein, weil die es einfach smart gemacht haben. Statt die irgendwie sauer auf die zu sein, fangen doch an, von denen ein bisschen was zu lernen. Ja, ist so. Wieder weit abgedriftet hier. Oh Mann. Ja, passt doch. Gut. Ne, würde ich sagen, war jetzt ein gutes Schlusswort. Jetzt haben wir doch nochmal zehn Minuten gemacht. Also hast mich nochmal gut rumgebracht hier. Ja, kannst stolz auf dich sein. Gut, dann würde ich sagen, wünschen wir euch noch einen schönen Start, auf jeden Fall ins Wochenende, nachdem die Folge ja Freitag rauskommt. Wir hoffen natürlich, euch hat die Folge gefallen. Und noch ein ganz wichtiger Tipp von mir. Teilt bitte den Podcast. Liked den überall. Und sonst was bitte auch auf Spotify, auf Apple. Weil ihr wisst, ich poste ab und zu die, oder eigentlich täglich Reels auf TikTok. Und dort wurden wir etwas gebannt. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast in der Gruppe, René. Wir hatten mehrere hunderte Aufrufe. und plötzlich seit dieser Woche einfach nur noch zwei bis zehn auf die ganzen Videos. Also wir wurden dort irgendwie, obwohl die Themen jetzt nicht mal kontrovers waren, wir haben ja nur normal drüber gesprochen, wurden wir anscheinend etwas, ja, sagen wir mal, gebannt in TikTok. Also teilt das gerne. Vielleicht werde ich auch nochmal einen neuen Account oder sowas machen. Pisst mich ein bisschen an, ehrlicherweise. Weil ich meine, es ist auch Arbeit dahinter, die ganzen Reels und sowas zu schneiden. Dann hier das ein bisschen zu shadowbarnen. Was für Arbeit dahinter. Hä? Arbeit dahinter. Opus. Ja, aber trotzdem, ich muss ja auch die Videos raussuchen und sowas. Und manchmal bearbeite ich die auch noch. Aber trotzdem, es nervt mich halt, dass wir da ein bisschen gebannt wurden. Deswegen teilt es gerne. Liked überall den Podcasts und sowas. Apple, Spotify oder wo ihr das auch immer hört. Lasst dann ein Like da. Teilt es. Schaut bei Puzzles vorbei. Ich markiere ihn ja immer schön brav. Also ich hoffe, du kriegst es auch mit auf YouTube und sowas. Und ansonsten wünschen wir euch oder wünsche ich euch erstmal ein schönes Wochenende. Wir hören uns nächste Woche dann wieder. Und das letzte Wort hat wie immer René. Wichtige Muggelköppe, dass die uns gebannt haben. Gebt mir auf die Eier. Nee, echt scheiße Leute. Bitte einmal wirklich teilen, liken, am besten die Reels auf TikTok auch speichern. Wenn ihr es hört, wird uns ein bisschen supporten, wird uns helfen. An der Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen. Gerne auch mal Feedback da lassen, was für Themen ihr sonst noch alle so hören wollt. Was interessiert euch so ein bisschen. Und übrigens, wir müssen uns eigentlich lünchen. Was ist denn aus den guten heutigen Zitaten geworden? Stimmt. Damit wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Genießt die Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.